Das Amt für Errummlung an der erfolglose Künstler. Jetzt ist Hope wirklich ganz unten angekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das müssen Sie ausfüllen. Wir registrieren Sie hier, um Sie dann aus der Statistik der Arbeitslosen herauszuhalten, indem wir versuchen, für Sie einen 50-Cent-Shop zu finden. Nicht mal einen Euro? Was ist das denn? Das ist Hartz-Fünf. Du bist süß. Ich? Ich bräuchte hier noch einen Assistenten. Aber Sie sind doch hier schon die Assistentin. Und du könntest der Assistentinnenassistent sein. Das ist ein guter Job. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich möchte lieber Geschichten erzählen. Geschichten, die fast ein bisschen besser sind als das wahre Leben. Vergiss kreativ, vergiss kreativ. Vergiss kreativ. Komm zu uns ins Verwaltungstil. Verwaltung kriegst du sicher hin. Vergiss kreativ. Vergiss kreativ. Wir legen Akten an und auf Ordner. Wir katalogisieren und sortieren und sehen dann klar. Vergiss kreativ. Vergiss kreativ. Willst du ein Teil der Gesellschaft sein? Dann geh halt, komm Promisse ein. Drum nimm, was du bekommst und frag nicht weiter. Lass die Träume rein, nimm die Kohle und bleib heiter. Also, vergiss kreativ. Vorname Hope, Zunahme Dreamer. Erfolgloser Künstler-Set. Voraussichtlich herumlungernd Biss, Neurosen, Drogenmissbrauch. Könnten sie dem Arbeitsmarkt in einer vernünftigen Funktion zur Verfügung stehen? Wenn ja, wie? atm, wenn ja, wie? Erfolglas ist sie, wenn nicht dann. Vielen Dank.